Meine Hauptaufgabe ist eigentlich Support. Das heisst, wir bekommen die Wahl oder Pickets von Kunden und müssen diese auswechseln. Zum Beispiel PCs, Procurs und so weiter. Ich würde sagen, zusammengefasst schauen, dass alles funktioniert. Benutzer unterstützen und instruieren. Und auch wenn etwas nicht funktioniert, schauen, dass es wieder funktioniert. Als Cool würde ich sagen, dass wir auf einer Seite nicht ganz Informatik zu tun haben. Das Cool an meinem Beruf ist auf jeden Fall der Kundenkontakt. Dass ich viel mit Kunden zu tun habe. Ich würde sagen, die Vielfältigkeit. Jeden Tag erlebt man neue Sachen und auch den Kundenkontakt. Für den Beruf sollte man ganz sicher teamfähig sein. Man muss geduldig sein, damit nicht jeder Kunde am gleichen Level ist. Ich glaube, man muss gerne Kontakt zu Menschen haben. Und auch gerne Informatik haben. Und können an Problemen dranbleiben und eine Lösung finden. Meine Freunde denken vor allem, dass ich viel Zug fahre. Da ich auch viel unterwegs bin. Da ich auch in Bern, Basel und Huzern arbeite und je nachdem wohin. Meine Kollegen wissen, dass ich im Bereich Informatik arbeite. Aber irgendein ist einfach, ich bekomme ein Ohr und so eine Skal, dass es einfach so nicht geht. Und ich bin die erste Person, dass sie einfach so kontaktieren. Ja. 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 Ja.